Wir sind wieder zurück, hier hinten in der Ecke, die Tiere waren. Die Gaterien aus der letzten Folge habe ich das Hauptquartier geschafft und gleich mal eine kleine Paarung vollzogen, die auch sehr erfolgreich war. Und da vorne ist das Ziel. Wir hatten ja in der letzten Folge den Alpha T-Rex. Und ja, den nehmen wir uns jetzt mal vor. Schöne, die Masse. Schöne, die Masse. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, ja Normal mache ich die Alphas immer mit Tieren Aber da ich ja mein Chibi aufladen will Heute mal von der Hand Zählt das für das Chibi nie? Das ist nerviger an der Sache Ja, und wenn der mal aufhören würde Hier ständig nachzuladen Das war's So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, was du hier bist 126 Dazu hab ich jetzt eigentlich keine Lust Das war's Das war's Ach ja, ihr seid ein paar Arschlöcher, sag ich euch Ihr seid ein paar Arschlöcher Dann Das war's Das war's Das war's Oder steht da noch die Tasche? Ja, da steht noch die Tasche Dann machen wir das jetzt so Ich hätte doch erst looten sollen So viel Leben hast du garantiert ohne mehr Na komm Ich kann mir auch noch ein bisschen weglocken Ich kann mir auch noch ein bisschen weglocken So, wo ist jetzt die Tasche? Da ist die Tasche Oh, ich wurde aufgespießt Egal Wir sind jetzt hier weg Das juckt uns einfach gar nicht mehr So Grüß mich, TSM Da ist es, 77 Ja, sag ich doch Ärgern Mehr ist es nie Jetzt Mit dem 28er lief ja einigermaßen Wären wir einfach mal rüber gehen In die andere Ecke Wo wir vor uns auch schon Ähm Alphas hatten Beziehungsweise ich habe wunderbar Ich glaube ein Alpha So Erstmal gucken wir kurz rein Hat es was gebracht? Boah, ein kleines bisserl was hat es gebracht So Dann Gucken wir mal Wo Wo denn der Alpha hier hin ist, der hier mal war Ob wir ihn auf Anhieb sehen So Was das Schlimme ist Wer suchet, der findet 84 Ja, das ist äh Manchmal ist es halt sehr tricky Sobald man ein Tier sucht Findet man nichts Und sobald man dann hier äh Was anderes sucht Dann hat man die anderen Dann hat man die Tiere Die man vorher gesucht hat In rauen Mengen Ist dann immer gewillt zu gucken Was da blinkt Was da ist Und Ob es nun wirklich Das ideale Level hat Aber Wir wollen ja lieber Eine Runde Alpha machen jetzt Natürlich jetzt auch das Problem Dadurch dass bei dem Event Jetzt auf Die Linus dabei sind Und das halt ganz schlecht Nicht Wenn da wirklich mal ein Alpha dabei ist Jo, das ist ein Alpha Hat er? Tor Da ist es Ja Da ist es Danke Was ist anders? So hier? Na komm jetzt Die Maus ist sicher Ja, ich bin falsch Ich bin falsch Ich bin falsch Das sind zwei Alphas Ich glaube das sind zwei Alphas Die haben was verändert, die gehen nicht mehr zu Netzen Jetzt habe ich natürlich das Problem Dadurch, dass sie nie zu Netzen gehen Das scheinen sie gefixt zu haben Jetzt muss man hinterher Wo ist er, der Kunibert Da ist er Das sind zwei Alphas Das sind zwei Alphas Das sind zwei Alphas Der macht es ihm wirklich nie einfach, der Freund So, hier Okay Das will ich jetzt echt nie Okay Komm, bleib doch mal still stehen Freundchen Das Problem ist auch Durch dieses Fressen, was er hier jetzt betreibt Regeneriert der Gesundheit Und ich brauche eigentlich Jetzt Das war's So Kurz runter Kurz Looten Zumachen Und dann Und da ist Kandidat Nummer zwei Oh 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 Das war's. Das war's. Das scheint ein bisschen höher zu sein. Aber gleich könnte man haben. Wenn wir jetzt Glück haben, die 212 sind übrigens Kopfschüsse. Ah, manchmal ist das 6er Magazin doch viel zu schnell oft gebraucht. So, aber mächtig bootet er schon. Jetzt haben wir bloß ein Problem. Ah Gott, 210. War natürlich eine kleine Hausnummer hier. So, hoffentlich hat der jetzt was Sinnvolles dabei. Na ja, sinnvoll ist glaube ich was anderes. So. Oh, aber dafür hat es das Chibi-Urt nicht vorangebracht. Na ja, das ist ja wenigstens was. Brabton sind immer noch relativ einfach. Ach, so, meine Argus erspänt schon da den nächsten gegen. Na, 28. Gott, ich hatte den auch schon mal gesehen. Was bist du? Und 19. Gehen wir doch einfach mal. Halt. Nein, ich muss mir angewöhnen öfter die Air-Taste zu bilden. Mal so langsam gehen die Schüsse zu neigen. Okay, ich hoffe da überhaupt was reißen. Okay, ich muss mir die Schüsse- und richtig теilen. Okay, ich muss mir den Schüsse loswerden. Okay, ich muss mir den Schüsse- und richtig teilen. der hier schon richtige hausnummer wenn wir da eigentlich was er hat ich glaube den können wir uns sparen das werden wir mit den paar schüssen die wir noch bevor haben die wirklich hinbekommen da muss ich mal gucken für die folge mache ich jetzt erst mal schluss also dann bis zum nächsten mal jetzt muss der karten der rex das gibt es doch gar nicht inklusive inhalt was du gesoffen alter was macht der heiter im wasser immer wird der judy getroffen